Fünf unbekannte Steuervorteile einer Schweizer Aktiengesellschaft, einer AG. Die Schweizer Aktiengesellschaft offeriert viele Vorteile, die Sie in anderen Ländern nie finden werden. Deshalb haben in den letzten Jahren viele internationale Unternehmerfamilien und international verlinkte Unternehmer die Schweiz als ihr Businessdomizil ausgewählt. Dieses Video zeigt Ihnen, wie auch Sie in den Genuss dieser wenig bekannten Vorteile kommen können. Sehr wenig bekannte Vorteile sind das. Guten Tag, hier spricht Enzo Caputo mit SwissBankingLawist.com vom Paradeplatz in Zürich. Die Besteuerung von Aktiengesellschaften basiert auf ein multikantonales Steuersystem. Jeder Kanton hat eigene Steuern, welches für spezielle Businesskategorien die sehr attraktive Pauschalbesteuerung, die sogenannten Tax Rulings, offeriert. Das sind die Vorteile, die Tax Rulings. Davon wird reger Gebrauch gemacht. Niemand kennt diese Zahlen allerdings genau. Aber ich kann Ihnen versichern, es sind sehr, sehr viele. Ein Tax Ruling ist ein schriftlicher Vertrag zwischen Steuerzahler einerseits und Staat andererseits, womit die Besteuerung vertraglich und verbindlich abgemacht wird. Diese Tax Rulings sind vertraulich und nicht öffentlich. Sie sind viel vorteilhafter, als allgemein bekannt ist. Darum sind sie im Schweizer Steuersystem sehr erfolgreich und verbreitet. Sie sind quasi ein Geheimtipp. Wie kommen Sie zu diesen Vergünstigungen, die viele multinationale Konzerne wie Glencore, Cargill, Trafigura, Dow Chemical, Nestle, Novartis und sogar Google angelockt haben? Wie können auch Sie profitieren? Indem Sie eine Holdinggesellschaft so aufsetzen, damit Sie die Steuervorteile des Holdingprivilegs vollständig ausnutzen können. Holdingprivileg, sehr wichtig. Mit dem Holdingprivileg sparen Sie bei der Gewinn- und der Kapitalbesteuerung. Die Schweiz hat ein sehr ausgedehntes Netzwerk von Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung. Die Schweiz hat eine ganze Reihe von bilateralen Investmentschutzverträgen mit Ländern in Emerging Markets. Länder in Emerging Markets sind riskante Länder. Es ist riskant, dort Geschäfte zu machen. Wie zum Beispiel China, Indien und Vietnam. Dank den Investmentschutzverträgen, die es nur hier gibt, schützen sie sich über eine Schweizer AG. Sie schützen ihre Investitionen in diesen Risikoländern. Die kantonalen Steuerämter sind sehr kooperativ und sehr kulant, wenn es um die Zulassung von Abzügen für Reisen, für Repräsentation und für das Entertainment von Geschäftskunden geht. Aufgrund der unterschiedlichen Besteuerungen in den verschiedenen Kantonen und Gemeinden ist es wichtig, die richtigen Partner zu finden. Aufgrund unserer langjährigen Felderfahrung kennen wir die steuereffizientesten Kantone, Gemeinden und Beamte bestens. Wir kennen alle. Wenn Sie Ihr erfolgreiches Business mit uns starten, können Sie mit einer Totalbesteuerung von zwischen 14 und 20 Prozent rechnen. Bei diesen Prozentangaben müssen Sie berücksichtigen, dass in der Schweiz die Steuerabzüge weitreichender ausgelegt werden als im internationalen Vergleich. Auch wenn Sie jetzt zum Beispiel 20 Prozent Steuern zahlen müssen, wenn Sie viel abziehen können, ist das auch ein Riesenvorteil. Wie Sie wissen, ist die Schweiz nicht der billigste Standort, um einen Firmensitz mit Substanz aufzubauen. Die neuen internationalen Compliance- und Steuerregelungen der OECD und der FINMA, die Finanzaufsichtsbehörde, schreiben den Banken vor, dass jede Gesellschaft, die ein Konto haben möchte, operativ tätig sein muss. Es muss Substanz dahinter sein. Für eine Schweizer Briefkassengesellschaft kann man kein Konto mehr eröffnen. Diese Zeiten sind endgültig vorbei. That's over. Sie ist unbrauchbar ohne Bankkonto. Was wollen Sie mit einer Briefkassengesellschaft ohne Bankkonto? Heute braucht es Substanz, einen Minimalumsatz und eine effektive Tätigkeit, die wirtschaftlich Sinn macht, um ein Bankkonto bei einer Schweizer Bank zu eröffnen. Machen Sie es wie viele andere erfolgreiche internationale Business Owners vor Ihnen. Starten Sie jetzt Ihr erfolgreiches Business mit uns. Eine Kooperation mit uns bedeutet, dass Sie von der ersten Sekunde an mit den richtigen Kantonen, mit den richtigen Gemeinden, mit den richtigen Banken, mit den richtigen Immobilienbesitzern und anderen Business Leaders in der Chefetage zusammenarbeiten. Von der ersten Sekunde an greifen Sie jetzt zu Ihrem Mobiltelefon und wählen Sie jetzt 0041 für die Schweiz 442124404. Mit uns sparen Sie nicht nur Steuern, sondern Sie profitieren sofort von unserem professionellen Beziehungsnetzwerk. Rufen Sie jetzt an, denn es ist nie zu früh, aber oft zu spät. Seien Sie reich und bleiben Sie reich. Rufen Sie jetzt an, denn es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh, Rufen Sie jetzt an, denn es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh, Rufen Sie jetzt an, denn es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh, aber es ist nie zu früh,